Das Video nehme ich auch noch auf. Ich habe so ein Gefühl, dass ich ein gutes Video nehme. Kommt auf Bravo Jungs, bitte. Lass zusammen gehen. Ja, ich mache Profisystem an. Ich hoffe, die Runde wird gut. Die Gegner greifen ja nicht mal an. Cool. Oh, Scheiße, Selbstmord. Lass uns streamen, ey. Okay, die wollen campen. Wir sehen. Ich denke, wir können schon auf Alpha gehen. Alpha 1 nehmen? Nein, da ist einer. A wird gesichert. Nein! Nein! Ich bin da rein abgestürzt. Alter, oh mein Gott. Ah, gesichert! Und ein scheiß Sprung. Wir verlieren Charlie! Boah, der hat mich abgesnipert. Von? Alpha. Wir verlieren Alpha! Dieser verdammter Hohensohn! Ich hab dich gerecht. Ich nütze mir das als der Schüttelbeiner war. Die sind nichts. Ach, ich röche durch. Nein, wir haben Alpha Globus. Ein vergebündeter Drohne über uns! Wir haben Alpha Globus. Nein, wir haben Alpha Globus. Aber man kann sich nicht röchen. Aber gut, ein Konfer kann man damit machen, obwohl es eine Maschinenpistole ist. auf einfach einer von euch schon wieder bin ich alleine ach ehrlich nicht einnehmen warte wenn du da bist ich komme mit rein jetzt kommen wir los was für scheiß gegner alter wir laufen zusammen denke ich mal ohne scheiß ich würde auch meine drohne will auch kommen wir laufen nach charlie ich habe doch gesagt die kinder sind nichts davon was ist denn das für ein scheiß team mit alter komm mal wer auf mich kanadisch meist der feind nimmt danke alter bombardierung für nächste runde oder bin ich mal ohne scheiß ich hole alles wie nächste runde ich bin richtig auseinander ali kommen lassen ja und dann macht wie du möchtest nicht ablenken wie beide gehen wir auf alpha bleiben denke ich mal ach guck mal wie der mich geboxt hat richtig unlogisch 120 werden wir von rechts auf alpha aber unterstützung geben könnte es ehrlich ich habe ich meine ich bleibe hier ich bleibe hier okay von von wo genau auf alpha okay gehen und her ich glaube die position durch meine foto jetzt oder später ich weiß wo wir gewinnen das ich hole und die jetzt das habe ich aber gut wenn du deine aufgenommen habe ich meine herr alle ich habe gleich mein paladin kommt zu mir wir sind jetzt 175 punkte für paladin danke oder nicht schlecht ich habe mal ein baller den alter ich habe noch gesagt und dann machst du noch mit einer rakete da habe ich schon ich weiß aber wir dürfen nicht mehr einnehmen ehrlich weil wir kommen viel mehr machen eigentlich waschen müssen ich habe lützchen gemacht ohne scheiß wir nehmen nur alpha 1 ehrlich wir laufen mit den anderen nicht nicht aktiviert ja ja ich kann noch nicht eine sekunde bleibe kurz hier neben ihr profisystem ich habe mal ein paar laden defensiv oder offensiv unterstützung hast du weiß ich nicht wo ich muss kommen rein einfach mal die defensiv unterstützung sind auch in der radiebe wo sind die denn ich gehe von der weg ja macht weil dort er jetzt alles ich habe selber meiner angriff ohne ach so gut einer ist genau bei alpha drin der wollte die stöten archite ich mich gesehen der baller die man gerade nix weil sie nicht rauskommen wo sind sie denn auf alpha drin alpha drin warten eine auf charlie die scheiße die scheiße gleich wirkt als auch nicht sie nix was der scheiß gegen acht schießt einfach blind rein ich bin tot der feind nimmt sie ein verbündete bombardierungen im anflug ja ich bin doch ich habe mich selber mit der bombardierung geil doch keine gegner und deswegen tippst du dich selber damit du wenigstens irgendwas triffst nein ehrlich soll ich mit abziehen die runde ist scheiße gelaufen auch wenn ich die beim abschlussserie geschafft hatte wir hätten röschung müssen ehrlich finde ich ja das team hat am ende zu viel eingenommen